Schweizer Staatsanleihen kaufen, Geld krisensicher und Inflationsgeschütz parken, lohnt sich das? Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbilder Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen, wenn ich bestimmte Chancen sehe. oder wir schauen uns an, was machen Großanleger oder wir besprechen, was passiert auf der Zinsseite und was bedeutet es dann für dich als Privatanleger. Wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und zwar geht es ganz einfach, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über den Schweizer Franken und dort im Kontext der Schweizer Staatsanleihen bzw. der Schweizer Bundesobligationen. Das heißt, wir besprechen, was sind dort die Chancen als Anleger und was sind dort die Risiken, wenn man hier investiert. Im Juni 2022, da hatte die Schweizer Nationalbank den Leitzins erstmals seit 2007 um 50 Basispunkte angehoben und zwar auf minus 0,25%. Das heißt, vor der Zinswende in der Schweiz, da lag also der Leitzins im negativen Terrain und zwar bei minus 0,75%. Im September, da folgte dann ein weiterer Zinsschritt und zwar um 75 Basispunkte auf 0,5% und das ist jetzt auch der aktuelle Stand zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge. Die SNB schließt aber weitere Zinserhöhungen nicht aus. Wir sehen also, die Schweiz konnte sich jetzt diesem Zinserhöhungszyklus, den wir ja in vielen Ländern weltweit sehen, was wir auch besprochen hatten hier in diesem Podcast, da kann sich die Schweiz nicht entziehen. Das heißt, die Schweiz hat zwei Zinsschritte gemacht, möglicherweise folgen noch weitere Zinsschritte und wir liegen jetzt also bei 0,5% beim Leitzins. Zum Vergleich in der Eurozone, da liegt der Leitzins jetzt aktuell bei 2% und in den USA, da sind wir noch weiter, da sind wir bei einer Bandbreite von 3,75% bis 4%. Auf den ersten Blick könnte man sagen, dass die Schweiz, der EZB, der amerikanischen Notenbank hinterherhinkt, weil wir sind ja nur bei 0,5%. Das wäre aber der erste Blick, weil wir natürlich auch die Inflationsdynamik berücksichtigen müssen und da steht die Schweiz einfach im Vergleich zu vielen anderen Ländern viel, viel besser da. Wenn wir uns jetzt die Anleihenrenditen anschauen, dann gibt es ja immer diese zwei Ebenen. Das heißt, wir haben einmal die offizielle Situation, das sind jetzt hier diese 0,5% und dann haben wir den Anleihenmarkt, der einfach schneller ist, der einfach sofort reagiert und auch entsprechend dann Themen bereits einpreist. Und deswegen macht es Sinn, auch auf den Anleihenmarkt in der Schweiz zu blicken und hier können wir feststellen, dass wir erstmals jetzt auch über alle Laufzeiten, dass wir dort einfach positive Renditen haben. Am kurzen Ende sehr gering und die höchsten Renditen, die gehen aber dann jetzt in den Bereich bis 1,1, 1,2% pro Jahr und zwar jetzt hier bei den 15-jährigen Staatsanleihen von der Schweiz. Generell sehen wir in der Schweiz, dass hier diese Anleihenrenditen, dass die Zinsstrukturkurve, wie man dazu sagt, also dass man abträgt die Laufzeiten und dann die jeweiligen Renditen, die man verdienen kann, dass hier die Zinsstrukturkurve, dass sie nicht in der Form invertiert ist, wie wir das in den USA sehen, das heißt, dass man am langen Ende viel weniger bekommt, wie am kurzen Ende, das ist in der Schweiz nicht der Fall, das heißt, die höchsten Renditen haben wir im Bereich der 15-Jährigen, wie gesagt. Das heißt, das ist erstmal hier eine Beschreibung von der Anleihenrenditen-Situation und wir können auch feststellen, dass der Markt vielleicht noch ein, zwei weitere Zinsanhebungen einpreist, aber dass der Markt jetzt nicht erwartet, dass die Zinsen jetzt noch wesentlich mehr angehoben werden. Das heißt, der Markt preist jetzt nicht ein, dass jetzt hier die SNB die Zinsen auf 2% zum Beispiel anhebt. Das preist der Anleihenmarkt nicht ein, es ist vielleicht noch eine kleine weitere Zinseinhebung eingepreist. Das sehen wir zum Beispiel, wenn wir uns die Einjährigen anschauen oder auch die Zweijährigen, dass wir da dann leicht oberhalb von diesen 0,5% liegen, was jetzt aktuell hier die Leitzinssituation ist in der Schweiz. Das heißt, das zur Situation der Anleihenrendite, das heißt also, dass auch das Negativthema, die negativen Renditen, die Strafzinsen, das ist erstmal Vergangenheit in der Schweiz, einfach durch die Zinsanhebung, die wir jetzt auch in der Schweiz einfach gesehen haben. Wenn wir uns die Inflationsdynamik anschauen, dann lag die Inflation jetzt im Oktober in der Schweiz bei 3%. Wir hatten einen Höhepunkt der Inflation vor einigen Monaten bei 3,5% und jetzt seit einigen Monaten fällt auch die Inflation auf jetzt, wie gesagt, 3% im Oktober. Das heißt, wir sehen hier, dass einfach die Inflationsdynamik, dass das ein ganz anderes Niveau ist im Vergleich zur Eurozone oder auch im Vergleich zur USA. Das heißt, wir haben hier einen Bruchteil der Inflation, die wir in der Eurozone sehen. Da hatten wir im Oktober Länder in der Eurozone, wo wir eine Inflationsrate hatten im Oktober von über 20%. Auf die gesamte Eurozone, da lagen wir im Oktober bei 10,7% Inflation. Das heißt, die Schweiz ist ja völlig anders positioniert, völlig anders stellt sich das Bild dar, weil auch der Franken so stark ist und die Schweiz einfach deswegen nicht so stark das Thema der importierten Inflation hat im Vergleich zur Eurozone. Das heißt, die Inflation ist wesentlich geringer, die Inflation ist bereits auch rückläufig. Die Realrenditen in der Schweiz sind trotz niedrigerem nominalen Zins, sind die attraktiver in Anführungszeichen, natürlich weiter negativ, aber attraktiver im Vergleich zur Eurozone. Das heißt, Realrendite ist der Zins abzüglich der Inflation. Zins abzüglich der Inflation, da liegen wir in der Schweiz bei minus 2,5% und in der Eurozone, da liegen wir bei minus 8,7%, wenn wir jeweils die Inflationsdaten vom Oktober nehmen. Das heißt also, trotz vierfachem Leitzins in der Eurozone ist die Realrendite deutlich negativer, da die Inflation einfach viel höher ist in der Eurozone im Vergleich zur Schweiz. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass die SNB hinterherhinkt, sondern dass einfach die SNB gar nicht so viele Zinsanhebungen machen muss, weil einfach die Inflation nie so ein großes Thema war im Vergleich zur Inflation in den USA oder auch in der Eurozone. Und ein Grund ist auch der starke Schweizer Franken, weil der natürlich einfach dann die ganze Importseite entlastet. Das heißt, der starke Schweizer Franken, das ist dann auch ein Votum von Investoren. Das heißt, dass Investoren weiterhin sagen, wir vertrauen einfach der Währung und Währungen leben vom Vertrauen. Auch der Schweizer Franken lebt vom Vertrauen und das Vertrauen wird wesentlich davon gespeist, wie die Preisstabilität erreicht werden kann. Das heißt, wenn langfristig Preisstabilität gegeben ist, dann ist es das zentrale Merkmal, wie Vertrauen entsteht. Weil wenn Menschen, wenn Investoren spüren, dass einfach die Kaufkraft konstant weniger wird, dass einfach die Inflationsdynamik, dass die einfach ungezügelt ist, dass hier die jeweilige Zentralbank das nicht in den Griff bekommt, dann sinkt auch das Vertrauen. Und das drückt sich auch dann aus im Wechselkurs zum Dollar und zu anderen Währungen. Und hier sehen wir, dass einfach der Kapitalmarkt der SNB vertraut, dass die SNB die Inflationsdynamik in den Griff bekommt. Und wir sehen es natürlich auch, dass erstmal das Problem gar nicht so groß war, dass die SNB auch schneller reagiert hat. Das heißt, die erste Zinsanhebung war sehr unerwartet. Also da hat man gar nicht damit gerechnet. Und das war ja auf einem Niveau von um 3% Inflation. Das heißt, wenn wir das mal vergleichen, da hat ja die EZB noch lange erzählt, das ist alles überhaupt kein Problem. Also die haben ja wirklich erst dann reagiert, wenn im Prinzip jeder das gesehen hat und das ist auch nicht unbedingt vertrauensfördernd, wenn man einfach sieht, dass sehr spät reagiert wird und auch jetzt ja sehr zögerlich letztlich, weil man eben die Probleme der Eurozone hat. Weil ansonsten müsste man natürlich bei einer Inflation von 10,7%, da müsste man vielleicht schon überlegen, ob der Leitzins nicht deutlich höher liegen sollte und nicht nur bei 2%. Das heißt, wir haben hier einfach einen Rekordwert an einer negativen Realrendite in der Eurozone und das ist genau dann auch, was eben Misstrauen fördert, weil einfach der Markt sagt, die können gar nicht so stark reagieren. Die haben noch andere Themen in der Eurozone mit den verschiedenen Ländern, mit der Verschuldung. Das heißt, die Glaubwürdigkeit ist geringer im Vergleich zur SNB, das sehen wir dann auch am Wechselkurs und wenn wir die anderen Parameter anschauen, dann ist also das Votum einfach auch die politische Stabilität, die wirtschaftliche Stabilität, auch die historische Aufwertung. Das heißt, dass der Inflationskampf historisch einfach ernst genommen wurde, das heißt, dass auch dann die SNB einfach hier das Eigentum besser schützt, der Bürger, weil am Ende eine Abwertung, wie wir es aktuell in der Eurozone sehen, das ist auch ein Stück weit eine Art Enteignung, weil man einfach an Kaufkraft verliert, wenn man zum Beispiel in Urlaub reist oder wenn man irgendwie Produkte importiert. Das heißt also, Preisstabilität bzw. eine Aufwertung der eigenen Währung, das ist auch ein Votum dann über die Eigentumsgarantie. Das heißt, dass Investoren sagen, das ist dort besser gegeben in der Schweiz im Vergleich zu den allermeisten Ländern auf der Welt. Dann gab es auch nie eine Währungsreform, Marke Schweiz etc. Das heißt also, da sagen Investoren, okay, das ist weiter attraktiv bzw. sie vertrauen einfach hier relativ betrachtet der SNB mehr im Vergleich zur EZB oder auch zur amerikanischen Notenbank. Und wenn wir uns mal die Wechselkurssituation anschauen, dann hat auch der Franken auch jetzt in den letzten zwölf Monaten, dann hat er aufgewertet zum Euro und zwar um 6,6% auf lange Sicht ohnehin. Das heißt, wenn wir auf die ganz lange Sicht gehen, dann hatten wir jetzt vor kurzem wirklich ein Allzeithoch vom Schweizer Franken zum Euro. Das war jetzt im September. Das heißt, da war der Franken im September so stark wie noch nie. Und jetzt gab es zuletzt eine leichte Erholung vom Euro, aber nach wie vor auch auf Jahressicht ist einfach der Euro hier deutlich schwächer geworden zum Schweizer Franken. Wenn wir uns jetzt also Staatsanleihen anschauen, wenn wir uns jetzt Bundesobligationen anschauen von der Schweiz, dann haben wir die Renditen ja gesehen. Das heißt, wir sind im positiven Bereich nominal betrachtet. Wir sind maximal im Bereich von 1,1, 1,2% an Jahresrendite. Wenn wir ans längere Ende gehen, das ist so ein Stück weit die Ausgangsbasis. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was sind hier die Chancen als Anleger? Als Anleger, da verdienen wir je nach Laufzeit bei einer Schweizer Staatsanleihe bis zu 1% pro Jahr, bis zu 1,2% pro Jahr in Schweizer Franken. Die Anlage in Franken, die ist nominal 100% sicher, weil der Staat erstens gut dasteht wirtschaftlich und auf der anderen Seite natürlich auch Schulden in der eigenen Währung. Die können immer bedient werden, das hatten wir ja auch bei der Podcast-Folge zum Thema von den amerikanischen Staatsanleihen. Das gilt in der Schweiz auch. Das heißt, die Anlage ist 100% nominal sicher in Schweizer Franken. Der dritte Punkt, werte der Franken weiter gegenüber dem Euro auf, dann verdienen wir zusätzlich am Währungsgewinn. Das heißt, das ist natürlich dann auch ein Vorteil. Man muss natürlich berücksichtigen, was bereits jetzt auch eingepreist ist, dass natürlich wir jetzt im Bereich von einem Allzeittief sind, von der Stärke, vom Euro. Wenn wir auf längere Laufzeiten setzen, das heißt, wenn wir auf 15 Jahre zum Beispiel gehen, wo die Rendite am höchsten ist, dann könnten wir theoretisch noch mehr Rendite verdienen, also auch in kürzerer Zeit, wenn zum Beispiel die Renditen stark fallen. Also wenn jetzt zum Beispiel die SNB den Leitzins wieder auf 0 senken würde oder auf minus 0,75%, wo das Ganze vorher war, dann fallen ja auch die Anleihenrenditen. Und wenn wir dann vorher im Boot sitzen, können wir mehr verdienen. Das ist jetzt nicht so wirklich wahrscheinlich, weil am Ende die SNB schon genau beobachten wird die Inflationsdynamik und lieber auch dann, denke ich, die Zinsen einfach auf dem Niveau belassen wird, beziehungsweise noch ein, zwei Schritte machen wird, um einfach sicher zu gehen, dass man der Inflation her wird, um einfach den Auftrag dann auch wahrzunehmen. Aber das wäre theoretisch der Fall. Einfach langes Ende, Zinsen fallen, dann werten die Anleihen entsprechend auf. Genau andersrum, was wir jetzt gesehen haben, das war das große Thema 2022, das heißt die Zinswende, dass einfach die Anleihen hier an Wert erheblich verloren haben, durch den Effekt von der anderen Seite. Also gehen die Zinsen rauf, dann werten die Anleihen entsprechend ab. Das heißt, das war das große Thema 2022. Das heißt, das sind ein Stück weit die Chancen, die Vorteile als Anleger. Und wir sind dann in einer Währung, wo wir natürlich eine geringere Inflation haben, im Vergleich zum Euro oder im Vergleich zum US-Dollar. Was sind die Risiken, was sind die Gefahren als Anleger? Die Gefahren sind ganz klar, wertet der Schweizer Franken ab, dann verlieren wir über den Wechselkurs. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen Geld kurzfristig parken, für sechs Monate oder neun Monate, muss man sich dann entsprechend orientieren, was für Anleihen handelbar sind. Aber wenn man sich dort orientieren will, dann kann natürlich auch auf kurze Sicht der Franken abwerten und dann verlieren wir über den Wechselkurs, wenn wir dann das Ganze wieder in Euro wechseln. Das heißt, das ist ein großes Risiko. Und angenommen zum Beispiel, der Franken wertet kurzfristig mal um 10% ab, dann ist es natürlich ein Vielfaches von der Rendite, die wir in Franken erzielen können. Das heißt, das ist schon ein großes Risiko, das heißt vor allem auf kurze Sicht. Zweites Risiko, auf Basis der aktuellen Inflation in der Schweiz, da schlagen wir die Inflationsrate nicht. Das heißt, die reale Rendite, die ist negativ. Die ist aber deutlich weniger im negativen Terrain im Vergleich zur Eurozonenrendite, weil eben die Inflation in der Schweiz viel geringer ist. Das heißt aber, das ist das zweite Risiko, dass wir dort gar nicht die Möglichkeit haben, die aktuelle Inflationsrate zu schlagen. Dann der dritte Punkt, dass die erzielbare Rendite, die liegt deutlich unterhalb der Rendite, die wir historisch am Aktienmarkt verdienen konnten. Dann der vierte Punkt, wenn die Zinsen kurzfristig sehr stark angehoben, dann würden länger laufende Anleihen deutlich fallen. Das heißt, wenn wir hier auf eine Anleihe gehen, die noch viele Jahre läuft, dann werden wir natürlich stark getroffen, wenn jetzt die SNB sagt, wir heben das nochmal um zum Beispiel 1% an oder mehr, weil eben der Anleihenmarkt jetzt auch noch keine so vielen weiteren Schritte am Ende des Tages einpreist. Das hatten wir ja als Thema. Das heißt also, man sieht, es gibt bestimmte Chancen als Anleger, es gibt bestimmte Risiken als Anleger. Generell ist es so, dass die Rendite, dass die natürlich nominal betrachtet, immer noch sehr niedrig ist. Und deswegen jetzt der Unterschied zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, also wenn es jetzt vertretbare Größenordnungen sind, wenn man jetzt sagt, man hält zum Beispiel Schweizer Franken einfach auf einem Konto oder man hält Schweizer Franken einfach in einem Safe beispielsweise, wo man dann keine Zinsen bekommt, dann ist dort der Unterschied natürlich gering jetzt im Vergleich zu, man sagt, man kauft Staatsanleihen, weil die Staatsanleihen Renditen, weil die einfach immer noch natürlich nominal sehr gering sind. Und die anderen möglichen Vorteile, dass man eben in einer Währung ist mit einer geringeren Inflation, die historisch aufgewertet hat, das habe ich natürlich auch, wenn ich das Geld im Schließfach habe beispielsweise. Also da sieht man, dass jetzt hier einfach das Anleihen-Szenario, das ist jetzt hier noch bedingt interessant für normale Größenordnungen. Wenn jetzt ein Anleger sagt, er hat Millionen zu investieren und will das jetzt möglichst sicher parken oder einen Teil davon einfach auch in Franken parken, dann ist natürlich immer der Weg über die Staatsanleihe, weil dann natürlich das Thema Bargeld im Safe beziehungsweise einfach auf dem Konto stehen lassen, das ist nicht dann eine sinnvolle Alternative. Also muss man ein bisschen gucken, was sind auch dann die Größenordnungen, aber man darf kurzfristig zumindest auch die Wechselkurssituation nicht unterschätzen, dass auch der Euro, wenn es Entlastung gibt, doch auch aufwerten kann kurzfristig, was wir jetzt auch zum Beispiel in den letzten Wochen gesehen haben. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über Schweizer Staatsanleihen gesprochen, das heißt, wir haben jetzt in der Schweiz aktuell zwei Zinsanhebungen gesehen, wir sind jetzt bei einem Leitzins von 0,5%, die Anleihenrenditen, die preisen hier noch ein Stück weit, vielleicht eine kleine Anhebung ein, aber es ist jetzt nicht, was der Anleihenmarkt sagt, da kommen noch ganz viele Zinsanhebungen und der Anleihenmarkt, der preist auch hier keine steigenden Inflationsraten ein, das heißt, die Inflation ist zuletzt jetzt eher wieder runtergekommen, wir sind hier jetzt nur noch bei 3% gewesen im Oktober, die SNB hat schnell reagiert, die Realrenditen sind deutlich besser, zwar immer noch negativ, aber deutlich besser im Vergleich zur Eurozone, weil einfach die Inflation in der Schweiz geringer ist, liegt unter anderem am starken Franken, generell wird der Franken einfach als Krisenwährung gesehen, eben wegen dem Vertrauensthema, man traut der Zentralbank zu, dass die Zentralbank einfach Kaufkraftstabilität auch langfristig sicherstellt, das heißt, wir hatten dann Chancen und Risiken als Anleger besprochen und das waren so ein bisschen die Themen heute, wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Jean-Claude Trichet und zwar über die SNB, sie ist ein Weltmeister der Inflationsbekämpfung und das seit ihrer Gründung. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.